Hallo, Hallo, Hallo Wir spielen wieder Satisfactory nach gefühlten zwei Tagen würde ich jetzt sagen Und ich hab schon richtig Bock Zwar machen wir echt blöde Sachen, aber das wird schon So jetzt einmal eben kontrollieren ob alles gut aussieht Ja, 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 ja Oh, Tag 10 So So und da bauen wir jetzt einen zweiten Bahnhof hin Das ist ja für Eisenerz, dann brauchen wir jetzt noch einen für Schwefel und einen für Katerium So Das einzige was ich noch machen möchte ist Bahnhöfe können wir drinnen lassen Fahrzeuge habe ich schon raus Radartürme, Züge Und ich brauche die Drohnen Drohnenplätze nicht Krieg ich das da oben noch ausgeblendet? Ah Fahrzeuge Züge Züge Drohnen Auf der Karte können die ja angezeigt werden Ich will die nur nicht Ähm Dingsens haben Hier oben im Hub Ja So Jetzt sieht es sauberer aus So Und wieder ein Booster So 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 Und dann Okay das hat sich wieder umgehauen Da müssen wir mal Moin Kuchen Wat geht? So Das war's für heute. Das war's für heute. Hä? Ah. Moinsen Pese. What geht? Alle ordentlich am Zocken oder was? Natürlich. Ja, sauber. Woops. Woops. So, Also, ich will jetzt noch zwei Bohrenhöfe bauen, einmal hier für, also hier haben wir Eisen, dann kommt hier Katerium hin und dann kommt hier noch Schwefel hin und dann fahren wir hier geradeaus durch und dann ist hier am Ende Quartz, das nehmen wir noch mit und ich glaube hier unten müssten wir eigentlich noch Quartz holen. Weil das hier sind nur normale Quellen und dann kriegen wir ungefähr 1200 daraus, wir bräuchten aber Quartz, Moment, 1290, das heißt uns fehlt 90. Also, verdammt, aber ich müsste da nochmal gucken, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, was so eine normale Quelle an Ressourcen macht. Ach, ich kann auch einfach auf die Map gucken. Stufe 3 voll übertaktet. Ja, 600. Ich bräuchte da noch ein Miner für Quartz. Ha, 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 scheiße. Ah, ist das kacke. Ja, also müssen wir noch eine zweite Quartzquelle reinbringen, die, oder wir machen hier unten, dass man hier runterfährt, weil hier haben wir ja irgendwo einen Abgang, den könnte man hier runterbauen. Und fährt dann hier zu der Quartzquelle hin, äh, ich meine Quartzquelle hin und hätte dann alles verfügbar. Dann bräuchten wir nur einen Bahnhof und keine zwei. Ich glaube, das ist auch besser. Oh, ha. Ähm, da könnte ich dir von, ähm, unter... Wie heißt er gleich noch? Äh, ich guck gleich mal eben, kleinen Moment, so. Es gab nämlich, äh, bei den Interactive Maps kannst du dir auch Mods, äh, nicht Mods, sondern Baupläne angucken. Und da gab's Kategorie Roads. Äh, äh, hier. Oh, geil, der hat noch ein weiteres gebaut. Okay, davon muss ich noch mehr runterladen, aber die hier fand ich geil. Okay. So. So. Boah, schmeckt der Kaffee ekelhaft Boah, schmeckt der Kaffee 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 Und da drinnen hast du dann noch eine Fahrzeugstrecke, die dann Sachen hin und her fährt. Das wird halt auch gehen. Und hi Manni, die Wäsche ist fast fertig. Nice. Ich müsste eigentlich auch noch da was machen. Also. Eine neue Maschine anmachen. So. So. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott. I have arrived. Ja, fällt mir gerade nicht ein, aber dann halt irgendwas Richtung, ähm, wie heißt das gleich noch, wir wollen die Fabriken durchmessen oder mehr Deko-Teile bekommen oder oder oder, ne? Aber so an sich erstmal noch keine Mods. Ist halt die Frage, was man nie dazu sagt, aber ich denke mal, die ist so auf dem selben Level und sagt, ähm, erstmal noch nicht, außer Deko-Artikel. Ja, dachte ich mir nämlich auch. Und dann, äh, ich sag jetzt mal, vielleicht später irgendwann halt mal, ne? Hallo, Schubi. Satisfactory plus, ja, davon hab ich auch schon gehört. Da muss ich ja sagen, hätte ich ja keinen Bock drauf, wenn's dann noch komplizierter wird. Okay. 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 Mein Ungläubiger im Hoch des Meisters. Verdammt sein wirst du, stinken am Moderteppich. Oh Gott. Äh, dankeschön, Evergreen Ivy. Hallo und herzlich willkommen im Stream. Ähm, ja, gehen wir gleich die Module-Besichtigung, die ich gebaut hab. Ja, machen wir gerne alles runtergeladen, also ich geh mal davon aus, von der Straße, äh, war ein Krampf. Äh, ja, das glaub ich, also, das hört sich, äh, oh mein Gott. Ähm, aus Eisen und Kupfer kann man, glaub ich, in Phase 1, 7 bis 8, äh, Items jeweils herstellen. Äh, das will man sich doch gar nicht erst geben. Hallo. Ja, alles fit? Ja, bei dir. Ja, klar. Ähm. 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 Was macht man denn, wenn Fenster an der Maus festgängt? Äh, nochmal die Maustaste drücken. Hab ich. Es schwebt der Maus hinterher. Dann, keine Ahnung. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Lala. Ey. So, lass mich aber eben noch den Bahnhof fertig bauen. Mach ganz und ruhig, äh, so gerade. Oh. Fressack. Hm. Ja. Du bist. Ja. Du bist. Hm, cool. Was denn? Satisfactory hatte ein Crash, als ich dem Server beitreten wollte. Ähm, okay. Das ist schlecht, würde ich sagen. Ja, so mittelmäßig. Das sind gut. Ich habe das sehr gut gemacht. Ich habe das erlebt. Ich habe das Perdue in der Zeit nur Mena und Schwiegen. Und dann konnte ich das sehen, Hm, ja. Ich habe das ein, would ich sagen. Ich habe das nicht geholfen lassen. Ich habe das nicht gesehen. Okay. Hilfe? Hm? Ich habe irgendeine Taste gedrückt und bei mir ist der ganze Bildschirm schwarz geworden. Ich habe es gerade gesehen. Ach. Modus umstellen. Vollbildfenstermodus. Oh wow. Ja. Wat'n Kack. Oh mein Gott. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum nichts im Chat steht. Ähm, da stand der, äh, stand trinken vor. So. Wow. Ich habe gestern mein neues Fuel-Kraftwerk online gebracht. Nice. Wie viel Gigawatt stellst du her? Äh. 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 Lala. Funktionieren deine Züge? Äh. Äh. Mein Zug fährt nicht auf, äh, wenn ich auf die Automarktik stelle. Äh. Signale gesetzt. Äh. Ähm. Also die Bahnhöfe müssen auch erreichbar sein. Das ist so das Hauptding. Ähm. Ähm. Sonst hätte ich da auch keine Idee, warum es nicht funktionieren sollte. Äh. Genau. Die müssten wenden können. Und wenn die nicht wenden können, musst du ans Anfang und ans Ende der, ähm, wie heißt das gleich noch, des Zuges eine Lok setzen. Äh. 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 So. So. Ich habe aktuell 215 Bahnhöfe sowie mehr als 500 Züge. Ach du Scheiße. Ich habe nicht gesehen, wer die Nachricht geschrieben hat, aber mein erster Gedanke war eigentlich Peanut. Äh, nee. Äh, Schubi hat sowas gemacht. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber bei Peanut hätte ich auch dran denken können. Also, dass der so übertreibt. Mhm. So. Hey, das ist noch untertrieben. Und Peanut, ich schieße den Vogel nicht immer ab. Ich hasse das, wenn ihr die Baupläne wieder durcheinander wirft. Ja. Wenn du Erze alle ins Raffinerie umweist, dann brauchst du eine Menge Züge. Oh, ja. Oh, lol. Warum sind die denn jetzt schon wieder da weg? Das Spiel mobbt mich. Was? Das Spiel mobbt mich. Das Spiel mobbt mich. Wow. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier darf man echt keine Epilepsie haben, ehrlich Ja, wenn du mit den Hypertubes durch die Gegend fettst, ne? Ja So, wo hast du denn gebaut? Äh, hier oben Ah Auf dieser riesigen Plattform Ja, gerade reingekommen ins Bild Ja, und daran habe ich gestern, also an den Bauplänen hauptsächlich, habe ich fünf Stunden lang gebaut Oh Gott Ja Weil das ist im Prinzip, hast du Äh, bitte sag das ja Er hat dich schon wieder verschoben, ich kriege es kotzen, echt Drückst du denn auch auf übernehmen? Ja Das ist, wobald ich ein Modul setze, schiebt er die anderen wieder raus Ähm Dann gibt es noch das Modul hier Dann gibt es Wo ist denn jetzt der Eingang schon wieder hin? Hä? Oh, wow Ja Und aus den Dingern habe ich mir dann quasi das hier hinten zusammen gebastelt Mhm Ja, das sieht richtig gut aus Muss man dann mal gucken, welche Fabrik man da reinmacht Mhm Ich meine, das ist ja jetzt schon relativ hoch Ich glaube, noch einen höher wird schwierig wegen den Ecken dann Dann müsste man Die Ecken irgendwie ein bisschen anders bauen Ja, da müsste man dann, wenn man hochgebaut hat, einmal gucken Ob man da irgendwie so Kleinst-Elemente oder sowas setzen kann Ja Ja, nice Das sieht mega aus Die Tür hat mich schon zum Verzweifeln gerückt Ganz am Anfang, weil immer, wenn ich die in den Bauplan reinlade Ja Ist das Fenster über der Tür weg Und ganz am Anfang musste ich, ich glaube, bestimmt drei oder vier Minuten warten Bis der Bauplan, also bis das Design überhaupt in den Bauplan-Dingen da hinten erschienen ist Also ich habe es angeklickt und da musste ich warten Ja Weil es ist nichts passiert, außer die Schilder hier unten Die waren direkt von Anfang an da Die Schrägen Ansonsten war einfach gar nichts da Nice Ah, das sieht echt gut aus Oh Gott, oh Gott, oh Gott So, Lala hat ein Bild geschickt Lala, hast du am Ende des Zuges einen weiteren Zug gesetzt? Also eine weitere Lok Weil wenn das nur eingleisig ist, musst du entweder einen Wendekreis machen Oder Eine umgedrehte Lok ans Ende des Zuges setzen Damit er hin und her fahren kann So Und der Bahnhof muss immer am Ende der Strecke sein und nicht am Anfang Sonst kann er da nicht reinfahren So Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. So, und Lala, du musst danach halt wirklich gucken, ob das richtig eingestellt ist. Weil sonst fällt mir da auch zu nix ein, weil die Züge funktionieren eigentlich tadellos. So, und Lala, du musst danach halt wirklich gucken, ob das richtig eingestellt ist. Ähm, ich versuch gerade den Safe-File runterzuladen, ne? Ja. Da steht zwei Stunden übrig. Was zur Hölle? Hm. Was hast du denn da gemacht? Ich hab keine Ahnung, ich lade schon... Weiß ich nicht. Eigentlich gar nichts. Ich brauch das doch, damit ich nachgucken kann, welche Schneckchen und so wir schon haben. Ja. Und man muss auch dazu sagen, der Safe ist gar nicht so groß. Ja, ja, eben, deswegen ja. 8,3... Ja. Bei mir hat er den mit dem Mausklick runtergeladen. Ich hab das irgendwie... Gestern oder so, hatte ich das auch schon, dass das so Ewigkeiten gedauert hat. Ähm... Sonst, äh, einfach mal eben die Verbindung zu, äh, Satis trennen und den Safe runterladen und dann nochmal gucken. Vielleicht ist das die Server-Verbindung oder so, die einen völligen Auslass bei dir betreibt. Ich hab das auch schon mal gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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 So. Hier sind überall Stinkepfelsen im Weg. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie ich dir da weiterhelfen soll. Hm. Hättest du mal die Fabrik nicht abgerissen mit den... Das ist einfach wie passiert. Ja. Nein, also. Da kann man halt nichts machen, ne? Hm-hm. Ja. 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 Okay. Oh Gott, so. Es gibt nicht zu viel Stinkefelsen, nur zu wenig Sprengsätze. Oh ja. Ja, man nie weiß so weit eigentlich, dass man alles wegsprengen kann. Die Pflanzen, so wie die komischen Gebäude oder was das sein soll. Gebäude? Ja. Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es benennen sollte. Stinke Pflanzen, Stinkefelsen. Ja, das würde ich, sage ich mal, irgendwie passen. So. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und macht das Spaß Festplatten zu sammeln oder ist das vergleichbar mit der Kreativarbeit von gestern? Es ist super entspannt Okay, ja, das habe ich mir gedacht Du brauchst halt nicht irgendwie über Bauprozesse nachdenken Ja Hast du gerade Gummi aus dem Dingens genommen, zufällig? Hä? Ja Wahrscheinlich schon Hä? Oh Gott, sie fix Hä? Hier steht noch eine Stinkepflanze, die ich nicht gesehen habe Ah Oh Wir haben wieder diese Computer und, ja Stahlschrauben Warte mal, die Viecher kämpfen auch gegeneinander? Ja Was zur Hölle Okay, cool Hallo Peanut Und willkommen zurück Willkommen zurück So, was hat sie überhaupt alle Baupläne fertig gemacht? Das weiß ich nicht Das müsst ihr mir beantworten Naja, meine Baupläne habe ich fertig gemacht, ja Schon Okay Sollten noch andere fertig gemacht werden? Weiß ich nicht Okay Hä? I am verwirrt Standardzustand bei mir, also Ja Da weiß ich jetzt auch nicht, drauf zu antworten Ist nicht schlimm So, wie viel Schwefel brauchen wir eigentlich? Toll So viel Schwefel brauchen wir Oh shit So Und jetzt ist es ein bisschen zu verabschieden. Achja, Zuschauer schreibt, weil ja einige Baupläne für die zweite Etage noch angepasst werden mussten. Achso, ja doch, doch, das habe ich noch gemacht. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, ich habe das Katerium angeschlossen. Oh, ja. Ich glaube, ich suche mir jetzt so langsam mal einen Weg zurück nach Hause, weil ich habe keine Sprengsätze mehr. Oh, Moment, hier ist eine Fabrik von uns. Das heißt, ach, eine Kohlefabrik. Nice, ich kann mich zurückschießen. Muss ich laufen. Oh, was das wäre. Oh, was das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, aber weil ich so früh angefangen habe und wir jetzt seit drei Stunden am Stream sind, zwei Stunden, ähm, ja, bei mir fühlt das Zeitverhältnis komisch. Ne, also guten Nachmittag, das ist nicht das, was ich hören wollte. Ja, raten wir, warum der Bauplan auch so riesig ist, weil die, ähm, LKWs, die verhaken sich zwischendurch immer sehr leicht. Was halt absolut nervig ist. Ja, das ist nicht das, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ich weiß mal Was, da, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt 72 Energiefragmente, also jetzt gerade hergestellt, zusätzlich zu denen, die wir sowieso schon haben. Ja, ich sehe das Problem nicht. Ich auch nicht, ich finde es gut. Ah, okay. Okay, das war kacke. Okay. 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 Oh, ein kleines Moment. was macht ihr eigentlich an strom wir machen unser max verbrauch ist mittlerweile bei 9 fast 60 gigawatt wir machen 52 gigawatt strom aktuell kann ich auch die schlepper stadt lkw benutzen also die transportieren dann halt nur weniger dass das halt das problem genau wie schubi sagt lkw ist ein weniger platz schlepper und nicht lkw zuschauer diamanten die kann man ja auch irgendwann herstellen also ich muss ja sagen da habe ich ja hinten und vorne irgendwie diamanten sind richtig easy okay level 9 das ist okay ich muss nur fahren können ohne unfälle zu bauen habt ich habe zeit und kann auf meine ressourcen warten wenn sie nicht schnell genug sind okay ja habe ich genauso gemacht hier ist mast aus rööl kohle habe ich gesehen okay ja mal gucken da sind wir nicht deswegen nicht großartig spoilern hier ich bin aber gespannt ich bin Willst du dich dann um Diamanten kümmern? Bitte was? Ja? Bitte was? Das hört sich doch gut an, oder? Irgendwie hab ich das Gefühl, du willst die Arbeit nur nicht selber machen. Du hast gesehen, was für ein Kernkraftwerk wir bauen? Hm. Und was ich hier an Massen an Ressourcen ranziehe? Hm. Schon. Äh, können wir Diamanten schon herstellen? Äh, nö. Verdammt! Ja, na klar mach ich das! Neues Rezept ist fertig. El momento. Oh, wow. Let me have a look. Ja, ist Müll. Oh. Hübsch. Du sollst nicht lügen. Steht hier nicht. Sogar das Rezept davor war scheiße. Ja. Oh. So. Aber jetzt müssten wir ja dann ja irgendwann mal alle Scheißrezepte rausgezogen haben, oder? Vielleicht. Ich hoffe. So. Scheiße, ich muss bei meinem AKW mal vorbei. Uh. Crash das gerade, Peanut. Ja, ne. Ist klar. Billige Ausrede gesucht Fluchtwege. Ja, genau. Alleine, wenn meine Fabrik läuft, die erste von zwei Fabriken, die ich bauen muss. Die zieht. Äh, aktuell 20 Gigawatt. Wenn die hochfährt. Ja, da dürfen wir eindeutig am Ende keine Schredder anbringen, sonst crasht unsere Fabrik instant. Äh, unsere Stromversorgung. Wahrscheinlich schon, ja. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, wenn wir mit der Fabrik fertig sind, brauchen wir uns, denke ich mal, für das Rest des Spiels keine Gedanken mehr machen um Strom Ja Hoffe ich Obwohl wir könnten dann noch die nächste Eskalationsstufe machen, weil wir refine dann ja das Plutonium Und ähm Das können wir ja auch noch zur Stromproduktion benutzen Brauchen wir das? Ja, wahrscheinlich irgendwann schon Ja, brauchen wir so oder so Ich glaube, du brauchst dieses Physzonium, um irgendwas weiteres herzustellen Das glaubst du, ich habe einen Verbrauch von 250 Gigawatt Ja, in unserem Maximalausbau, äh, der Anlage stellen wir, glaube ich, 650 Gigawatt her, wenn wir wollen Nur um ein wenig zu übertreiben Einfach weil wat gönnen Ja, why not, ne? Mhm Ja, und das Gute ist ja wirklich dann dabei, ähm, irgendeiner zockt von uns, stellt fest, oh kacke Wir verbrauchen zu, äh, viel Strom Fliegst mal eben zu den AKWs hin, schmeißt ein paar Energiezellen rein und kannst wieder wegfliegen Ja Weil ich würde Ähm, am Anfang erstmal keine Energiezellen, äh, Energiezellen reinsetzen Weil dann können wir den, ähm, wie heißt das gleich noch Die Mir fällt der Name nicht ein, sorry Die Uran-Brennstäbe einfach in den Schredder reinjagen, die wir produzieren Ja Sekunde Äh, ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin wirklich gespannt, wie viel Strom wir am Ende gebrauchen können Und wie schlimm das Ganze wird Und Wie einfach das mit dem Uran wird Ob wir das problemlos hinkriegen oder Das wirklich harte Probleme verursachen könnte Ich bin wirklich gespannt, wie viel Strom wir am Ende gebrauchen können Ich habe einen Verbrauch von Okay Ja bedenke den Abfall, den kannst du nicht schreddern Ja, das ist unsere Fabrik Nummer 2 Da machen wir dann die Abfallproduktion Und zwar stellen wir erstmal nur Plutonium her Und Nachdem wir dann fertig sind mit dem Plutonium Werden wir Phisonium herstellen Und Das Ja Ist ja auch etwas, was Ordentlich Chris Horst frisst Und da bin ich halt wirklich gespannt Wie Das Ganze laufen wird Weil das Phisonium kannst du sauber verbrennen Genau Das Phisonium kannst du sauber verbrennen Deswegen Würde ich da halt Ähm Drauf gucken Und die Plutonium Brennstäbe Die kann man halt schreddern Deswegen fangen wir dann an mit Ähm Uran Brennstäben Und gleichzeitig baue ich auch eine Fabrik für die Ähm Plutonium Stäbe Willkommen Und zurück Dass wir 100% unsere Abfälle verarbeiten können Das heißt Wenn Man nie 100 Energiescharts in die AKWs reinschmeißt Ist das für unsere Abfallproduktion überhaupt kein Problem Das ist so die Idee dahinter Aber das dauert halt 7 Millionen Jahre bis wir damit fertig sind Ja Oh da siehst du das anders Ich bin voll bei dir Das wird ultra lange dauern Jaja wir haben bis jetzt noch keine einzige Fabrik Ne Oh aber eine Festplatte Verschweißte Rahmen Oh Gott Also das Rezept würde ich erstmal stehen lassen Mhm So, mal ne kurze Frage, weil hier ja sehr viele erwachsene Leute im Stream sind und weibliche Wesen anwesend sind. Ja. Ich hatte gestern wieder einen seltsamen What's-the-Fuck-Moment, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, ob ich die falsche Generation bin. Also ich habe an sich kein Problem damit, es war einfach nur What's-the-Fuck. Ich habe sehr viele Dudes im Sexy Maiden Outfit gesehen. Das war so What's-the-Fuck. Und wie kommt das? Ja, jeder hat so seinen eigenen, äh... Ja, interessanterweise, gefühlt, ich hatte auch mit meinem Bruder darüber gesprochen, ähm, waren auch mehr Sexy Maiden unterwegs als Dudes, sag ich jetzt mal. Ah. Das war halt so komisch. Aber sonst, äh, einige Verkleidungen waren echt gut. Andere dachte ich so, alter, das geht gar nicht. So schlimm? Äh, schlimm gar nicht. Ich fand's wirklich halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ups. Ähm. Äh. 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 Also wäre ich mit meinem Kind da gewesen, ne? Oder mit meinen Nicht-Neffen und so weiter, hätte ich das schon fast als creepy empfunden. Ähm. Also das nur... Och, wieso ist das schon wieder diese Kackkurve? Äh, persönlich, aber... Da sind Dudes rumgelaufen, geschätztes Alter 46 bis 50 im Maiden-Kostüm. Und das war halt so ein bisschen so, oooookay. Äh. Da weiß ich nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also ich mein, wenn's denen Spaß macht, alles fein, aber ein bisschen komisch ist das schon. Ja, das mein ich halt, also, ne? Ähm, aber sonst... Ja. Sonst war halt echt so, äh... Ich weiß nicht. Ne, aber sonst waren da echt coole Cosplays dabei. Nur die haben halt so... Reingehauen, rausgehauen, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, hervorgestochen. So. So, oh Gott. Das ist einfach ein Meme. Okay. Äh, ne, ich bin nicht als Wikinger gegangen. Ich würde auch auf Meme tippen. Oh, und die Bahn von Peanut bekommt endlich mal Stützen. Okay. Also war es jetzt eher nur eine Schwebebahn? Wahrscheinlich. Oder, äh, ne Bahn vom Ohio, die... ...komisch durch die Gegend gezuckt ist. Hm. Äh, es sind echt viele Fundamente unter den, ähm, Rohren von dem AKW. Was? Ich mach gerade die Fundamente da weg, wo wir bei den Wasserextraktoren die Rohre platziert haben. Da haben wir ja immer Fundamente drunter und ich dachte, ich mach die jetzt mal weg. Ja, bevor du weitermachst, ne? Ja. Äh, du musst mal dein Inventar leermachen. Ne. Ne? Okay, weil da eine Zerlegekiste steht, dachte ich, du hast schon eine Plattform abgebaut, wodurch die entstanden ist. Ne, ich hab, äh, noch eigentlich ziemlich viel Platz im Inventar. Okay. Dann ist die alt. Oh, das wird wahrscheinlich oben irgendwo eine Zerlegekiste sein. Ja, das kann gut sein. Hahaha. Äh, Schwebefahrbahn finde ich in Ordnung. Nein, ich baue keine Ohio-Bahn. Hahaha. Oh. So. Bang. So. So. Oh. 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 Das ist irgendwie gerade so eine Never Ending Story, die Dingern hier Wieso? Weil ich nicht das Gefühl habe, sonderlich weit voran zu kommen Ja, das kenn ich Ich muss ja noch Schönbauen, oh ja Ach ja, wann wollen wir eigentlich Peanut besuchen gehen? Ähm Dienstag dann? Ja, wenn das bei Peanut rauskommt Können wir das da machen Ja, weil er so gerade sagte, Schönbauen Da ist es mir wieder eingefallen Ach so, ja Und dann hab dich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann viel Erfolg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moment. An sich ja. Ich weiß nur nicht, ob wir nicht eher sagen, wir bauen erstmal die äh untere Plattform, wo die Ressourcen ankommen. Fertig. Meinst du die mit den Stahlträgern? Genau. Weil so nach außen hin ist es ja immer identisch, sage ich jetzt mal. Ähm. Du hast ja die Ressourcen, die irgendwie an die, ähm, wie heißt du gleich noch? Äh, an die AKWs gehen. Mhm. Und dann geht's ja noch weiter. Äh, beziehungsweise geht's ja eigentlich nur innerhalb des, der Plattform weiter. Ich weiß halt nicht, ob das einfacher ist, wenn wir da noch keine Plattform draufsetzen, sondern erstmal verkabeln und Ressourcen legen und dann einen Deckel oben drauf machen. Hm. Ja, macht wahrscheinlich Sinn auch, dass man von oben einfach nochmal drauf gucken kann. Äh, genau. Und wir müssen ja auch noch die Ressourcen irgendwie von unten nach oben bringen. Ja. Ich baue jetzt erstmal auf die Stahlträger, die ich schon gesetzt habe, noch die, äh, Betonplattform drauf und dann muss ich, glaube ich, sowieso langsamer los. Ich hab gar keine Lust. Wohin geht's denn? Fußballspiel und es ist voll kalt. Oh. Nach dem Fußballspiel müssen wir dann ganz schnell nach Hause fahren, dann laden wir den Hund ein und dann fahren wir zu Jackies Eltern und dann gibt's lecker Abendessen. Äh, jo. Ja, du hast wieder ordentlich abgerissen. Was? Ich sagte, du hast ordentlich abgerissen. Ja, warum? Ey, hier kommt nirgendwo mehr Strom an. Oh. Also hier oben hab ich überall Strom. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie bist du da denn hochgekommen? In meinem Jetpack. Oh, warte mal, zumindest glaube ich, dass ich hier oben noch Strom habe. Ich hab nicht den Eindruck, hier ist gar nichts. Nö, nö, hier ist nix mehr. Ich glaube, dass, äh, ja, ich hab vielleicht die, äh, Powerpoles abgerissen, die bei den Wasserextraktoren standen. Es kann sein, dass da irgendwo ne Verbindung war. Ja, glaub ich auch. Ja. 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 Bitte sag nicht, du hast irgendwas anderes von dir erwartet. Nee, aber ich hab dir gezeigt, wie der Filter funktioniert. Ja, den... Ja, ja. Den hab ich auch benutzt, den Filter. Aber ich wollte ja auch die Powerpoles bei den, ähm, Wasserextraktoren wegmachen. Ja. Oh, nee, du hast hier ganz am Ende irgendwo einen Cut gesetzt. So. Hast du jetzt oben wieder Strom? Ja. So, bäh. So. Also, wie du siehst, kann man ja hier unten die Verkabelung halt machen. Und dann baut mal weiter. Ja, so. So, 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 ich versuche einmal eben die Originalposition der AKWs rauszufinden. Entschuldigung. Nee, alles gut. Das sind nämlich immer drei. Eins, zwei, drei. Genau. Eins, zwei, drei, vier. 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 Hast du diese ganzen Plattformen hier gesetzt? Ja, die brauchst du nicht. Achso, weil du die hier hinten bei dem einen, was schon fertig verkabelt ist, aufgesetzt hast. Deswegen habe ich das einfach so nachgebaut. Ja, weil da das AKW hinkommt. Also, hier kannst du statt die Durchführung normale Mauern hinsetzen. Okay. Warte, so. Ja, aber hier kommen doch auch überall AKWs hin. Ja, aber nur acht Stück. Achso, Mensch, stimmt ja. Nee, never mind. So, das ist jetzt richtig. Yo. So. 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 Okay. Wie heißt das. Die Position hier von dem ähm, von der Mauer sagt an, das hier bei der Hälfte fängt, dann das AKW anzustehen. Ah ja, okay. Damit es halt ein bisschen einfacher ist. Mhm. Genau. Und was halt problematisch ist, sind die Zwischen-AKWs. Ja. Und siehst du hinter dir diese Dreier-Plattform da? Die hier? Warte, warte. Ja. Die ist nämlich eine gerade Linie. Also kann ich die Dreier quasi einmal durchführen? Äh, ich würde sie jetzt noch nicht durchführen, wie gesagt. Ähm. Ich würde hier... Ach, ich kann... Ne, ich meinte die untere. Das untere davon kann ich einmal durchführen. Äh, ja. Ja, aber das würde ich halt von außen machen und nicht von innen. Aber wie soll ich denn von außen wissen, dass das richtig ist? Guckst du hier? Wo bist du? Du kannst hier einfach ein Mauerelement ransetzen. Mhm. Achso, okay. Und dann so durchziehen. Das Problem ist halt, ähm... Dass das hier in der Mitte, wenn das nicht von außen gezogen wird, kann es sein, dass die, ähm... Wie heißt das gleich noch? Die Elemente irgendwie so ganz komisch verhaken. Mhm. Und dann sieht es halt hart kacke aus. Und guck mal, das, äh, Wandelement von innen sieht ja jetzt mega gut aus. Gerade und nicht irgendwie pixelig oder sowas. Ja. Und, äh, vorher, wenn du jetzt mal oben guckst, wie das Wandelement hier oben aussieht. Oder das Deckenelement. Ja, ich sehe schon. Oh ja. Ne, ähm... Deswegen, das passt eigentlich ganz gut, so wie du das jetzt hier gemacht hast. Weil das macht ein, ein schönes Bild, sag ich jetzt mal. Und dann macht man hier einfach nur, äh, hier in der Mitte einfach nur Plattform-Elemente und keine Decken oder Wände oder sowas ran. Ja. Weil sonst endet das so kacke wieder oben. Ja. Ja. Und da wir von unglaublichen 32 Uran-Brennstäben die Minute sprechen, können wir wirklich alles auf ein Fließband laufen lassen. Wir brauchen uns keinen Kopf darüber machen, wo was hinführt, sondern einfach nur eins. Ja. Ähm, kann ich das bei den Zweier-Bubbeln auch so machen? Ja, oder? Äh, ja. Also die, die, die... Ne, Zweier-Bubbel? Ja, ich, du hast einmal so ein Dreier-Ding und einmal hier so ein Zweier, wo AKWs stehen sollen. Warte, wirst du... Äh... Ja... Ja. Also kann ich hier auch... Also eigentlich an jedem Bubbel, die Dreier sind halt nur die Geraden, aber an jedem Bubbel hier außen... Ja. Äh, kann, äh, ne Linie nach innen gezogen werden. Nur bei den Geraden, das sind halt die... Da stehen zwei AKWs hintereinander. Ja, okay. Bei dem hier zum Beispiel, da steht dann nur, äh, hier ein AKW, aber keins innen. Ja. Weil da kein Platz ist. Ich muss jetzt gleich los. Eigentlich wollte ich schon vor einer Viertelstunde ausgemacht haben. Ja, und dann... Mach doch. Nein. Außen ist kalt. Nass. Ja. Ja, und wenn du willst, ne? Mhm. Ähm, obwohl, ne, du machst ja jetzt nur die, äh, die äußeren Bubbels, ne? Okay, ne, die Beleuchtung haben wir schon fertig. Okay, ne, gut, passt. mehr Beleuchtung würde ich hier jetzt auch nicht reinbringen, oder? Ne, das wäre zu viel dann. Das wären pro Säule eine Lampe, das reicht, okay. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das wird hart mega aussehen. Ja. Wenn es irgendwann mal komplett fertig steht, auf jeden Fall. Es wird noch sehr viel Arbeit sein, aber... Ja. ...wann wird das ziemlich gut aussehen. Glaube ich auch. ... ... So, und damit du das schon einmal gehört hast, wo bist du? Unten, runter. Okay, komm mal hier hoch. Bin da. Ah. Hier oben ist der Müll, also die obere Linie ist Müll, die untere Linie ist der Brennstoff. Ja. Genau. Und den würde ich jetzt hier einmal im Kreis drum herum führen. Und dann müssen wir gucken, was wir mit dem machen. Ich denke mal, irgendwie, dass hier zwei Säulen nach unten führen noch. Eine Säule für die Brennstäbe, eine für den Uranabfall. Und wenn nicht sogar vier Säulen. Weil wir 1600 Uranabfälle produzieren können. äh, 1600, ja. Und das kriegen wir noch nicht mal auf ein Förderband untergebracht. Nicht wirklich, nee. Deswegen, wir haben ja, ich glaube, zwei oder drei Stockwerke an AKWs. Da könnte man das so machen. Mhm. Da ein bisschen was. Ja, so ein kleines bisschen, ne. Ja, meine Fresse wird das kacke. Alleine hier komplett durchzusteigen, ohne durchzudrehen, wird super. Du sollst nicht lügen. Was? Warte mal, kommt hier ins Äußerste nicht immer so ein schräges Ding dran? Äh, was? Wo? Die? Ähm. Ich mach gerade die Rahmen drunter und kommt an die äußersten Betonplattformen nicht immer schräge Rahmen unten drunter und keine. Ja. Ja, ich hab verkackt. Ach, alles gut. Aber ist nicht schlimm. Das kann man schnell richten. Wollte ich gerade sagen. Okay, Lala, dann dir viel Spaß auf dem Sofa und, äh, gute Nacht. Oh, ich hab unter jedes AKW auch noch ein, eine Lampe gesetzt. Das wird super. Das wird super. Ciao. Boi, boi. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich baue mal an meinen Krams weiter. Marken, da ist ich werde jetzt, ich muss jetzt ausmachen. Ich muss in acht Minuten los und ich muss mich noch anziehen. Also, umziehen. Dann findet ihr noch einen schönen Stream. Viel Spaß euch noch und dann, äh, sehen wir uns aller spätestens am Dienstag wieder. Genau, dann euch viel Spaß und einen schönen Abend euch. Dankeschön. Bitte, denne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Na, eigentlich ist sie weg. So. Äh. Aber ich glaube, ich würde die Pause, äh, den Abschied von Mani gleich auch einmal nutzen wollen und einmal auf Toilette laufen und ich glaube, mir mal eine Pizza im Backofen schieben. Ich habe nämlich voll cool Dampf und noch nichts gegessen. Genau. Auch vorher fliegen wir noch einmal eben kurz zurück. Aber das würde ich dann einmal eben fixe machen. Und dann bauen wir weiter an dem Schwefelbahnhof und gucken dann, wie wir den Quads ranziehen können. Und dann wird weiter geguckt, wie wir was bauen können. Weil ich glaube, dann geht es langsam los mit der Massenproduktion. Und alles nur für Uran-Brennstäbe. Oh, das wird super. So, Schwefel haben wir jetzt rangezogen. Den Bahnhof haben wir auch fertig. Da müssen wir nur einmal gucken, wie das, warum die Verkabelung nicht richtig funktioniert. also die, die, ähm, wie heißt das gleich noch, die Signale. Weil irgendwie ist das ein bisschen dumm. Oh. Ja, und dann können wir die hier ranziehen, das noch ordentlich machen. Und dann haben wir hier drei Bahnhöfe. Und da fehlt uns eigentlich nur noch der für Rohquarz. Ja, das wird mega. So, Fahrpläne, wie hieß das denn? Erz-Karterium-01. 0,2. So, wir machen nämlich jetzt 1560, äh, Schwefel, die hier abtransportiert werden können. Und dann können wir uns hier zwei Züge holen, die das dann abholen werden. Das einzige ist halt hier wirklich, der Kram hier. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Block hat widersprüchliche Eingangssignaltüten. Oh. Tadaa. Okay, irgendwo habe ich mich ver... Dingenskind. So. Das hier ist der Schwefel. Kartereum, Kupfererz-Karterium. Kupfererz-Karterium. So, äh, wie hießen die Bahnhilfe? AKW minus Erz. Erz. Schwefel. Schwefel. 1. 1. Vollstehen und Entladen. Da machen wir Erz, AKW, Schwefel und oder 0. Vorgang abgeschlossen. Änderung speichern und raus. Den hier Quarz empfangen. Haben wir hier noch irgendeinen mit Schwefel empfangen? Nein. Okay, da müssen wir einen zweiten Bahnhof bauen. Kudos. Äh, keinen zweiten Bahnhof. Zweiten Güterzug. So, Güterwagen ist vollständig B oder Entladen. Und 0. Und 0. Speichern. Schwefel empfangen. Speichern. Erz. Erz. Okay. Das loopt dann hier. Okay, aber ich würde mal eben fix auf Klo laufen und mir eine Pizza im Backofen schieben. Also. Bis gleich. Bye. 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 хочешьbek Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann machen wir hier mal die Verkabelung Das kann ja nur irgendwie so laufen Und dann würde ich gerne hier die Dingenskirchen draufsetzen. Intelligente Splitter. Das dann erstmal einer gefüllt wird und dann der nächste und dann der nächste. So das wäre dann nach links beliebig und dann hier kommt Überschussen und hier dasselbe. So und dann können wir von hier unten, wir müssen noch ein Gebäude, das hier müssen wir noch setzen. So. Ich will einmal noch die Einstellungen kopieren. So zur Brennstofffabrik. So. Organisation. Ja, war ja klar, dass die Kacke wieder... Alter, da kriegst du Kotzanfälle bei diesem Scheißspiel. Komm, wir machen Schilder so beschissen wie es nur geht, ohne Anzeige wo was ist. So, wo geht es hier hin, zum Schwefel-Erz, Schwefel. Zur Brennstabfabrik. Okay, dann machen wir das hier unten mal weiter. Okay, dann machen wir das hier unten. So, Logistik. Das war aber der Richtige, ne? Oh ja. Okay. 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 Aber ihr hört sich doch Jude aus. So und dann wieder Logistik. Dann machen wir hier dann die Architektur. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und jetzt kriegen wir Schwefel. Das wird direkt eingeladen. Hä? Achso. Nice. Ah, dass das so gut funktioniert. Okay. 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 Dann gucken wir doch mal eben bei den Stationen. Okay. 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 Eigentlich müssten wir ja da irgendwie so einen Verbrauch haben, dass man da so etwa circa sehen kann, was da auf uns zukommt. Okay. 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 540. 540. Oh Gott. 540. Das hier wird auch wahrscheinlich so 540 sein. 540. Das hier ist jetzt Katerium. Nee. Eisen. 360. 180. Und 180. 780. Wie viel brauche ich denn an Eisen? Moment. Baumstruktur. Gegenstände Eisen. Eisenerz. Ja. Haben wir ein bisschen im Überschuss. Und das hier ist Katerium. 1920. 1500. Und. Ja. Über 3000 Katerium. Es sollte reichen. Und das hier ist Schwable. Oh. Jetzt ist fertig. Das sollte auch reichen. schon. Das muss ich nur hoch pushen. Und hier. Wieso ist hier. Katerium. Ach. Weil der eine Zug da auf jeden Fall hatte. Okay. So. Das heißt. Ah. Schwefel ist da. Katerium ist da. Eisen. Und Kupfer. Das heißt. Es fehlt nur noch Rohquartz. Davon brauchen wir. 1300. Und das gleiche zählt natürlich auch für Uran. Das wird auch noch spannend. Wie viel. Ich darf. davon verarbeiten kann. Weil. Es natürlich nicht so viele Quellen gibt. Mit denen ich arbeiten kann. Das wäre was für die. Interactive Map. Also. Ich weiß. Hier haben wir einen mit 300. 600. Sourcen. Adern. Karten Ebene. Alle Ebenen abwählen. So. Und ich will jetzt nur Uran. Okay. Dann haben wir noch. Eine 600er. Eine 600er. Eine 300er. Uff. Das wird ganz schön wenig. So. Ich hole mal eben meine Pizza. So. Tap. Innefern Dale. Tap. Herz papieren. Amane. Psyche. Tap attach. Chil Adri. Vielen Dank. Die große Frage ist natürlich, kann man Uran später einfach umwandeln? Ja, umwandeln. Also, dass du Catherium-Erz plus Materie reinschmeißt und du kriegst dann Uran-Erz raus. Irgendwie sowas. Kacke. 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 Ja, nee, davon spreche ich gar nicht, sondern von den... Nee, nee, Uran. Ich will Uranen umwandeln. Also, ich will irgendwas in Uran umwandeln, so. Einen Hub kann man sich ja jetzt nicht einfach wiederbauen, ne? Dafür braucht man einfach nur Eisenerz. Wo haben wir denn hier Eisenerz? Da. Nein, nein, andersrum. Ich will Kohle reinschmeißen. Are you sure about that? Auch nicht in Phase 5. Ah, komm schon. Kann nur einmal gebaut werden, ach verdammt. Okay, ich gucke gerade die Converting-Rezepte. Doch. Gibt es. Mega. Das ist geil. Okay, in Phase 5 können wir, falls wir zu wenig Uran haben, auch noch Uran herstellen. Geil. Wait a moment. Warte. Wir müssen mal eben zu unserem Hub. Jetzt ohne die Plattform sieht das noch geiler aus. Mega. Ja, ich glaube, das wird richtig pervers aussehen. Und auch die Bahnstrecke sieht geil aus. Nee. So. Hier. mit den konvertern der konverter verwendet reanimiertes um eine präzise materie und energietransmutation zu ermöglichen da kannst du nämlich das reanimated sam einfach hier reinschmeißen und mit bauxit zusammen also alu und du kriegst dann 12 uran die also 120 uran die minute raus und da gibt es sich rezepte also falls du dann doch mal irgendeine ressource vollständig aufgebraucht hast kannst du dann einfach konvertieren zum beispiel 24 kohle könntest du in 12 rohquarz herstellen wenn du dann in irgendeiner region bist wo du viel zu viel von irgendwas hast weil hast du einfach ein konverter ran und machst dann daraus das was du haben willst das ist mega das einzige seitdem das hier so Ja, oder du nimmst halt irgendwas anderes. Ich glaube, du kannst auch einfach in diese Converter Kohle reinschmeißen und kriegst dann Diamanten raus mit Sam. Aber da bin ich mir halt noch da weiß ich nicht genau ob das funktioniert. Ich glaube, du kannst naja, aber wenn wir 600.000 Strom herstellen brauchen wir uns da drum glaube ich keine Sorgen mehr machen. Okay. 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 So, Organisation, Radartouren. So, Organisation, Radartouren. Lol, Festplatte. So, Organisation, Radartouren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, wir bauen hier keine Bahnstrecke hin Die Sonne machen was anderes Ok, wir bauen hier eine Bahnstrecke hin Ok, wir bauen hier eine Bahnstrecke hin Funktioniert das, Production? Ja, ok Ok, wir bauen hier eine Bahnstrecke hin Oh, was ist das denn? Ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und sauber Oh, ich wollte es noch einsteigen, verdammt Und sauber Dankeschön Ich bin gerade am überlegen Wie ich die Förderbänder wegtransportiere, weil ich was gestern was richtig geiles gesehen habe Und ich glaube, das setze ich jetzt auch um Dafür muss ich jetzt aber hier Okay, du Ernster Okay, so Okay. Das war's für heute. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Okay, das funktioniert nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Huh? Das war's für heute. Ich bin... Das war's für heute. Ich bin... 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 Das war's für heute. 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 Alter, wie man da drinnen Brain AFK wird, das ist ja unglaublich. Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, sieht das kacke aus. Das war's für heute. 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 Dankeschön. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Ich versuche hier, ich versuche hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was halt dann wieder problematisch ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Viel Spaß im Lurk Ja, ich will doch nur einen vernünftigen Winkel machen You know? Und nein, man kann natürlich bei Satisfactory nicht einstellen In was für einem fucking Winkel man hier weggehen will Sonderhey, ich kann mir das frei auswählen Obwohl ich eine Diagonale ausgewählt habe So, das ist schon wieder zu breit Und sonst kannst du halt immer auf den Balken bauen Außer hier So, das ist schon wieder Und sonst hast du schon wieder bei Satisfactory nicht mehr auf den Balken? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 versteckt so macht man das orange schnell jetzt auch noch so da drüber wird strom transportiert was also weiß weiß ich überhaupt nicht so 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 you Das war's. Äh, Turm? Das war's. So, das ist der Fuß. So, das war's. 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 Oh, das war's. So, 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 das war's. Oh, 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 oh. So, das war's. 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 Oh. So. So. So, wie mache ich das jetzt am besten? Weil der Bahnhof braucht ja auch natürlich ein bisschen Platz. Okay. Setzen wir jetzt hier eine Schräge ran. Rampe mit Tube. Und wir bauen noch eine zweite Rampe mit Tube. Oh. Okay. 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 Das war's. Ah, ja, dann setzen wir hier noch eine ran. Wieso ist da ein Signal? Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. 18 Uhr gewohnt. Ja, außer am Wochenende, da ist, ähm, random Zeiten, wenn ich Lust und Laune hab. Aber meistens eher so... Ab 15 Uhr? Außer jetzt heute. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich die letzten zwei Tage nicht gestreamt hat und... Echt Bock hatte zu zacken. Ja. So, und wie geil die dat? Alles schicko bei dir oder... Wochenend, äh... Müdigkeit. Ja. 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 Eine. Oh, und nochmal. Äh. Dankeschön, Baldoskin. Oder Baldoskin. Oar. Und wir haben ein Ziel erreicht. Ist sogar mehrere. Wieso haben wir 311, ey... Okay. Also das letzte Ziel war 300. Da sind wir mit 100% rübergegangen. Alter Schwede. Nice. Habe ich noch irgendwelche Ziele? Dankeschön, Baldo. Und wir kommen im Stream. So, ja, soweit habe ich endlich einen Plan für meine Power Production. Ich bin auch schon ziemlich weit. Oh Gott, ziemlich weit. Mach damit dann ca. 200 Gigawatt. Nice. Baust du Atomkraftwerke? Uff. So, bauen wir hier jetzt schon rüber. Oder machen wir ein weiter. Kurve und dann rüber. Ne, ich glaube wir machen direkt. Ne, Rocket Fuel. Oha. Wie viele Raffinerien brauchst du dafür? Wie viele Brennstoffgeneratoren? Reden wir da nicht gerade irgendwie von 400, 500? Brennstoffgeneratoren? Äh. Alter. Sind das nicht, wenn du 200.000 Megawatt machst? Ja. Durch 250. Du bräuchtest 800. Ich hoffe, du hast einen, oh Gott. Wie übertrieben. Ähm. Peanut. So, hab das Atommüllproblem gelöst. Mir fällt gerade nur zwei Methoden ein. Entweder die ordentliche Methode, indem du Plutonium-Brennstäbe herstellst und die dann schreddern lässt. Oder die andere Variante. Du belädst, ähm. Wie heißt das gleich noch? Du belädst. Ähm. LKWs und lässt dir die Klippe runterfahren. Und du, ich hab das so gemacht, wie jede gute Regierung. Du hast hier einen Berg gesucht und die darunter verbuddelt. Und du, ich hab das so gemacht. Wolltest du erst die gesamte Menge Öl auf der linken Seite der Map verwenden, wären circa 4500 fuel generatoren nicht übertaktet gewesen ne darauf habe ich keinen bock habe jetzt erstmal ruhe ja bei uns ist natürlich das problem wenn wir das ganze nicht ordentlich machen dann kann der server nicht laufen so 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 du hast eine bürgerkette eröffnet und offenbar eine strahlende zukunft einschließlich glaubensgemeinschaft ja werde ein strahlendes leben haben muss nachts keine lichter mehr machen selbst zu leuchten ist auch voll öko gott ist das schlecht ja verstecken spielen ist dann nicht mehr so 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 das so 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 Toll, dann holt man sich ein Gekko und ein paar Jahre später Godzilla Tja Ich würde sagen, das ist dann der Die Probleme, mit denen man dann leben muss Hä? Hä? Vielen Dank. Servus Trojaner What geht? Ich baue gerade meinen neuen Bahnhof für da hinten sieht man es vielleicht so ein bisschen noch nicht ganz aber da so durch Schein da kommt unser Quarz an und das soll hier in den Bahnhof rein und dann wird unser Quarz abtransportiert richtig richtig nice nenn die dich Trojan RLP oder was? ein Ungläubiger im Hort des Meisters verdammt ist über dich verdammt sein wirst du stinken am Moderteppich also Trojaner das ist echt übel obwohl die die drei macht wahrscheinlich das Problem aber Trojan finde ich auch geil aber danke für den Follow Trojaner und willkommen in der Kultur der Gräberkunde so Bahnhof so wir brauchen den Bahnhof Mittelteilzug eins und zwei okay das sieht schon mal gut aus hier unten oh dann kriegen wir das Rohquarz rein und es sieht aus als ob es gewollt war dass das hier alles so knapp ist aber ist es gar nicht Mörsersphäre Matthias ja Mani hat alles vorbereitet oh das sieht irgendwie ich wollte gerade sagen man kann hier durch die Map fallen aber zum Glück nicht ähm Mani hat gestern und vorgestern alles vorbereitet und dann war ich ne Donnerstag und Freitag hat sie alles vorbereitet und ich brauchte dann wirklich nur noch äh Freitagabend einmal kurz onkommen äh wir haben alles reingeschmissen und weggeschickt und äh ja jetzt sind wir in äh Phase 5 und das wird mega wir haben uns schon die Sachen angeguckt ähm Feststellung des Tages uns fehlen noch einige Fabriken die wir eigentlich unbedingt brauchen und hier ist nochmal eine Höhle mit Samore nice so mir aber auch jo so ach äh Peanut hat auch Phase 4 abgeschlossen glaube ich ja doch die hast du ja abgeschlossen so hab aber hab schon 400 von der pasta gemacht beziehungsweise bin dran nice und dann geht's Oh nice, das sieht aus, ich bin begeistert, Kurve, so und jetzt brauchen wir Platt. So Bahnhof, so, Fracht Terminal, den löschen, noch ein Fracht Terminal und nen Bornhof. So Bahnhof, so Bahnhof, so Bahnhof. So Bahnhof, 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 Ende. Oh Gott. Was soll denn der Rotz? Nee. Was soll denn der Rotz? Was soll denn der Rotz? So. Gebäude. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Wrestling und willkommen. Wir sind nach wie vor seit vier Streams dabei, Bahnhöfe zu bauen. Aber ich kann bald sagen, wir sind fertig. So, ich denke mal so bis 22 Uhr heute. So, und jetzt brauche ich Lego. Ah, Peanut Boat Lego, okay. Dann viel Spaß dir beim Lego bauen. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, das ist kein Problem. Hier werden nur Bahnhöfe gebaut. Für die Erzproduktion. So, Fahrplan. So, das hier ist der AKW Erz- muss ich machen. Okay. AKW Erz minus Quartz 0,1. So, und dann haben wir hier Quartz empfangen, Fahrplan bearbeiten, Novo Broski und, okay, Güterwagen füllen und Quartz, nee, Erz-Quartz. Speichern, Änderung speichern. So. Jetzt müssen wir noch Signale setzen. Ja. Pese, dich gibt's auch noch. Hahaha. So, ähm, als wenn das Bauen nicht schon herausfordernd genug ist, wenn man die Freundin noch mitbauen und mitentscheiden lässt, wird's dezent anstrengt. Hahaha. Oh shit. Züge ein Level zu hoch für Mächel. Razzli, da kommst du hinter, das ist überhaupt kein Problem. Erinnere dich einfach nur dran. Es gibt jemanden, der sich extra grüne und rote Signale auf seinen Bauplan gesetzt hat, mit Pfeilen zusammen, damit er weiß, in welche Richtung der Zug fährt. Hahaha. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das bin, aber... ... ... ... ... ... Züge stehen dann als nächstes bei mir auf der Liste an sich sind die auch richtig nice und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat dann wird es auch bedeutend einfacher kann ich sagen also so langsam sehe ich nur noch Gleis bauen gerade ein Gleis quer durch die Map machst du da so ein großes damit es einfacher wird und mittig vor der Map kommt ein riesengroßer Kreisel rein oder was planst du da Cliff Wrax und P sowas hatte ich was ich halt nicht verstehe dass alle deine bei mir jetzt anstatt rot-gelb sind auch die bereits gebauten könnte es sein dass du Farbfeld 9 geändert hast ich habe eine Querstrecke durch die Map und habe schon einen Halbkreis weil ich nutze Farbfeld 9 für die Bahnstrecke ist mir gerade so eingefallen als du nochmal gefragt hattest vorhin hätte ich echt nicht sagen können wo es dran wo dran es liegen könnte also so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das ist die Planung für die 32 Uran-Brennstäbe Und hier kannst du dann sehen, was wir alles bauen müssen Zum Beispiel für die, wo haben wir das denn hier, Catherium-Bahn, müssen wir so gesehen 50 Raffinerien bauen, für Catherium-Bahn, dafür brauchen wir 1184,8 Erz und so baut man dann nach und nach die Fabriken immer weiter Und das ist halt ein bisschen, also da, wenn du sowas nicht hast, musst du mit Excel-Listen oder sowas arbeiten Ich glaube komplett ohne geht nicht Äh, ja, warte Man erkennt es nicht, aber ich habe 270 Stunden jetzt in Satisfactory Nur auf Steam, auf den anderen, also ich bin jetzt bei 700 Stunden oder sowas oder mehr Nur um ein bisschen zu übertreiben So, äh, kann man so sagen Äh, hat Manni gestern gefragt, ob ihr was habt Ähm, du meinst die Ständer Äh, die haben wir gerade, also heute So hatten wir da noch nichts, sondern haben alles nur mit diesen Architekt, äh, Sachen gemacht Hier, wie heißen sie? Architektur Mit den großen Rahmensäulen Äh, der Weg ist das Ziel Oh je, sind schon fast ein Full-Type-Job Ja, kommt auf den eigenen Wahnsinn an Jaaa Und, ähm Ich glaube, das Spiel nimmt Ex-Potential an Schwierigkeit zu Wenn du dich dazu entscheidest, äh, hübsch zu bauen Also, wenn du sagst, okay, mir ist das designtechnisch eigentlich egal Ähm Dann wird's zum Glück, äh, ein bisschen einfacher So, wie machen wir das am schlauesten? Jetzt das hier rüber zu bringen So, wenn du zum Glück Oh, oh. Oh, no. Okay. Okay. Oh Gott. So, ich habe dir mal einen Entwurf, den ich gestern gebastelt habe. Ich habe noch einen doofen Winkel erwischt, deswegen kann ich keinen Ohr dransetzen. Winkel. So. Ja, das mit den Winkeln hat mich vorhin auch zu Weißglut getrieben. Ja, das geht. Das Einzige, was... Ich ein bisschen wirklich nicht böse gemeint. Was ich ein bisschen problematisch finde. Bei dir sieht es sehr hart nach einem Wagenheber aus. Aber ich glaube, man müsste es noch wirklich beleuchtet sehen. Dann könnte man da eher was zu sagen. Matthias, meine Fabriken werden immer noch mit Zetteln und Stift... ... haben es schon ewig nicht mehr vorgekommen. Geplant. Oh Gott, Matthias, mein Beileid. Trojala, dankeschön. Danke für den Sub. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Dankeschön. Das freut mich sehr. Und ja, dann weiterhin dir viel Spaß hier. Ich hoffe, ich werde dem Ehre erweisen. Danke, danke, danke. Also, das freut mich wirklich und ist überhaupt nicht nötig gewesen. Also, kein Zwang dahingehend. So. So. Oh Gott. Kleiner Tipp für mehr Tickets. Die Überreste der Tiere mit Konstruktoren und Sommerloop zu Protein verarbeiten. Und dann Protein auch wieder mit Sommerloop zu Aliens. Dann macht das Überreste viermal so viele. Oh Gott, ja, hast recht. Vielleicht was für TikTok. Dankeschön. Und hallo und hallo, Eid79. Willkommen im Stream. Was habt ihr Feines gespielt? Dankeschön. Ach, kein Problem. Und was habt ihr Feines gespielt? So. Willkommen, willkommen, willkommen. Wir spielen auch Satisfactory. Nice. Und wie weit seid ihr? Ja, Suchtisfactory. Trujana. Oh, mein Bild ist schon wieder zerhakt, weil ich eine nicht autorisierte Quelle im Stream angezeigt habe. Ey, dieses Kacktoll. So, gerade sieben und acht freigeschaltet. Uh, da waren wir ewig drin. Das hat echt lange gedauert, bis wir da raus sind, weil wir sehr viel Unsinn gemacht haben. Wie zum Beispiel einen Haufen Züge gebaut und, und, und. Wie zum Beispiel einen Haufen Züge gebaut und, 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 und. Äh, so sieht nice aus. Dankeschön. Ja, wir sind hier voll und ganz hart am rumexperimentieren und testen und Züge bauen. Und, ähm, Trujana, es geht, denke ich, jetzt mal, das hier dürfte jetzt eigentlich der letzte, äh, große Bahnhof gewesen sein. Danach fangen die richtigen Fabriken an. Das einzige, was ich vorher noch gerne einmal kontrollieren würde, wäre, wie viel die ganzen Sachen herstellen. Und dann sind wir hier eigentlich mit Bahnhöfen durch. Was richtig nice ist. So. Und dann geht's Richtung Atomkraft. Mein Ungläubiger im Horn des Meisters. Verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Dankeschön. Ich hoffe, Black Wolf, sonst Bulk Wolf. So. Ja. Mal kicken, was das hier noch so alles wird. Mal kicken, was das hier noch so alles wird. . So, jetzt kommt da ein Haufen Ware an. Eins, zwei, drei. Vorplan bearbeiten, also wir haben hier Quartz und Quartz und So, dann können wir ja jetzt mal zurückfahren. So, macht ihr dann gleich weiter mit Plutonium, Fission, oder bleibt ihr bei Uran? Also, die Idee ist es als erstes mit Uran Treibstoff zu produzieren und anschließend direkt Plutonium zu machen und dann erst das AKW zu aktivieren. Und Rujana, ich habe keine Idee, wie lang man so einen Zug bauen kann. Ich denke mal so fast bis die Unendlichkeit noch viel weiter. Ewig, ja okay. Aber die Lokomotiven können halt nur ein gewisses Maß an Züge ziehen, beziehungsweise, ja. Ach, man kann die auch recht selbst fahren. Ja, und man kann auch die Weichen stellen. Ja, und hier haben wir drei Bahnhöfe für Eisen, Katerium und Schwefel. Ja, genau. So, und jetzt fahren wir zu unserem... Ja, genau. Irgendwann muss man mehr Loks dran bauen. Aber jetzt fahren wir erstmal durch eine noch nicht fertige Zugstrecke. Oh ja, dann bin ich mal gespannt, wenn es endlich für... Da sind die wohl jetzt dran am Arbeiten. Was mich da interessieren würde mit der Konsolengeschichte, ob die von Anfang an Crossplay machen werden und wie das Ganze dann auch aussieht mit Servern und so weiter. Ob du auch mit dem, mit der Playstation dann zum Beispiel auf einen Server zugreifen kannst. So, und hier kommen dann die Ressourcen an. Und ja, das ist erstmal unsere kleine Fabrik. Naja, ähm, Crossplay könntest du ja trotzdem machen, weil du ja, äh, sagen kannst, dass du nur bei offiziellen Servern eintreten kannst. So, Crossplay ist geplant von Peso. Okay, ja. Also meine Vermutung ist halt wirklich, dass Crossplay und sowas kommt. So, jetzt müssen wir warten. Schwefel wird Hardcore abgebaut. Das finde ich super. Da hinten kommt Quartz. Super. Äh, so. Ich frage mich eher, wie das performance-technisch umsetzen wollen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eigentlich relativ gut laufen wird auf den Konsolen, weil die keine Nebenprozesse haben, sondern rein mit, äh, sich mit dem Spiel beschäftigen können. Deswegen vermute ich, dass das relativ gut wird. Ja, aber haben sie in dem Deathstream... Ah, okay, den habe ich mir noch nicht angeguckt, den Deathstream. Im letzten Jahr haben sie gesagt, dass sie machen wollen, aber nicht wissen, ob es klappt. Also ist geplant. Okay. Okay. Ja, wahrscheinlich erstmal alles ausprobieren und dann kicken, wie es weiterläuft. Was ist hier passiert? Achso, der entlädt gerade. Okay, gut. Kupfer kommt auch an. Nice. Ähm, also. So wie ich das verstanden habe. Kannst du noch mal bitte drauf eingehen, Uran zu Treibstoff? Ne, es wird Uran zu Brennstäben. Und Brennstäbe kommen dann in das AKW rein. So wird das dann laufen, Pese. Und, ähm, hier ist das so, dass du einen gewissen Umkreis um den Spieler herum, ich glaube, kugelförmig hast. Und dieser Bereich wird aktiv geladen. Und dieser aktive geladene Bereich sagt dann aus, dass du auch hier jedes einzelne Item auf dem Förderband siehst. Und da hinten in der Entfernung, das siehst du zwar noch, aber da werden die Förderbänder und so weiter nicht mehr geladen. Heißt, alle statischen Objekte siehst du. Deswegen sieht man hier auch keinen Zug langfahren. Sondern der Zug da hinten, der wird irgendwann, ähm, einfach, da. Ist ja gerade aus dem Bild verschwunden. Und, äh, da hört dann der, der Bereich auf, wo du es angezeigt bekommst, dass es berechnet wird. Aber es wird im Hintergrund halt noch weiter berechnet. Genau. Also, dass da im Hintergrund die Kurve ist dann das Ende des, äh, zu berechnenden Bereiches. Deswegen ist es auch performance-technisch, äh, besser, wenn du viele modulare Fabriken baust, weil dann halt, ähm, keine grafische Berechnung mehr stattfindet, sondern einfach nur noch Berechnung der, äh, Items, die verarbeitet werden. Show. Äh. Äh, was soll das so viel Frage? Hab halt mega Bock auf das Game, aber kein PC. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Ähm. Da müsste man dann halt warten. Ob es dann da jemals rauskommen wird, aber ich hoffe es. Was, es gibt das für die Meta-Quest 3? Oh Gott, in VR? Ach, das hätte ich ja hinten und vorne keine Lust zu. Allein, wie schnell wirst du dann, äh, dich übergeben, wenn du in so eine, äh, Hyper-Tube-Cannon reingehst? Ja. Okay. Shit. Shit. Yeah. Ich glaube, ich würde mich da auch totally übergeben. So. 60? 112. 60. Okay. Und das hier ist Schwefel. Und was haben wir hier? Carterium. 500. 900. Ja, das sollte alles jetzt passen. So, Eisenerz. So. 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 Das war's für heute. Oh Gott. So. Jetzt wird's richtig schön kacke. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt muss ich was rausfinden und darauf habe ich keine Lust. Oh Gott. 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 So, ich will jetzt den Mittelpunkt hier raussuchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dank meiner Freundin wird unsere Uran-Brennstoffe jetzt ein Bienenstock. Okay. Okay. Das ist irgendwie nice. So, wie viele Plattformen sind. Das ist 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich muss hier. 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 Ja, ich muss hier. Ja, ich muss hier. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Und dann kommt. Und dann kommt das so. Ich muss hier. 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 hier noch ich muss hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will nur einmal eben gucken, ob das funktioniert. Okay. Okay, das dürfte richtig nice aussehen. Fast eingemacht, okay. Ah, warte, das ist... Oh Gott, Moment, Moment, Moment. Das sind übrigens nur Horrorgames. Ah, okay, ja. Schlimm war der Moment, als ich mit der Brille aus dem Headset rausse und dann meine Freundin etwas von mir wollte und die Hand auf meinen Schultern... Okay, ich spiel lieber Beat Saber. Hast du dich eingemacht, Triana? Oder sie weggehauen? Ich... Fast eingemacht. Mein Ex hab ich letztes Jahr gehauen. Sie stand im Weg. Oh, ist das böse. 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 Verdammt! Okay. Also. so black with store so wir haben jetzt hier zwar eine Lücke aber die hat Gründe so 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 jetzt können wir nämlich genau mittig festlegen und dann bauen und das ist dann der Mittelpunkt der Fabrik ja das sollte passen so so wenn ich in-game bei Werbes siehst du niemanden um dich herum ja aber hey im Spiel immerhin eine bessere Infrastruktur als die Deutsche Bahn oh ja und der Zugverkehr läuft ohne Verspätung also so 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 jetzt musst du da überall im Tunnel oh ja ne ich will ähm 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 wie heißt das gleich noch so so dass die Fabrik ungerade ist das heißt die ist jetzt 31 breit eben gerade war sie noch 30 breit und ich will dass äh meine ganzen Ressourcen hier nach außen gebracht werden circa hier hin und dann alle Ressourcen Linien in der Mitte lang fahren und dafür muss ich das hier halt unten ein wenig erweitern aber das geht zum Glück relativ schnell mit dem ich habe kein beton mehr ja so ich will ja dass die fabrik irgendwie auch geil aussieht okay dann gibt es nur eine alternative ach ja und so soll die deko von unten sein dass du hier lang laufen kannst und du hast das hier mit den leuchtspuren und dann soll das hier überall so lang gehen genau man soll das so lang führen auch in die richtung und dann dass sie sind so in der art wie ich habe keine ahnung aber ich fand das sah ganz cool aus und dann kannst du hier halt oben über die frachtplattform über die frachtplattform lang laufen zum beispiel hier bei den zügen ah ja wir wollten eben uns zurück katapultieren zum oh das sieht aber auch geil aus das ist unser akw also das wird unser akw das ist jetzt gerade noch in einer völligen rohplanung bauform ding ins kirchen ach ja und wenn ihr auf dem hier landet auf dem rochen den könnt ihr streicheln na kriege ich ihn ne kriege ich nicht aber auf dem kann man landen und den kann man streicheln und ja ja und man kann mit ihm mit fliegen genau oh ja ein sehr professioneller rochen crawler die ganzen ressourcen hier so so ich würde mal eben ganz fix auf klo laufen wir sehen uns in anderthalb zwei minuten wieder also bis gleich so 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 and so 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 die holen wir noch erlebt das hemm ohr und zwar seltsames alien material und mit dem kannst du jetzt und diesen mercer sphären die wir jetzt die ganze zeit immer einsammeln konntest du im mum also einer forschungseinrichtung in der alien technologie konntest du hier oder kannst solche sachen freischalten und das ist ein sogenannter dimm storage dimensionaler storage und das ist eigentlich sowas wie deine cloud mit einem gewissen maß am speicher ja die die gab es genau mit einem gewissen maß an speicher das haben wir mal alles eben ein wegen dem summer slow wo haben wir es denn so und da kannst du einfach sachen hoch und runter laden und dann hast du einen online speicher deine cloud und dann brauchst du nicht die ganze zeit zurücklaufen außer du bist so wie ich und donnerst gerade massenweise an ressourcen weg dann musst du natürlich hin und her laufen ja was aber ganz nice ist und des sommer slope das ist der hier der hat auch eine funktion bekommen den kannst du jetzt in einige maschinen reinsetzen und dann erhöht sich die produktivität also du machst dann aus nichts machst du extra materialien genau ja und du kannst da rein und rund runter laden und auch aktiv beim bauen dann die ressourcen verwenden was halt auch mega nice ist so ich will jetzt den kram den pese glaube ich vorgeschlagen hatte auch noch umsetzen die wollte ich mitnehmen ich habe einen alien-verstärker schon gebaut äh el momento oh nein 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 lao gott sei dank irgendwo hier Мих algún como sixty ich habe vergessen dass ich meine andere ähhh dinges kirchen- ausgewählt habe ähm So, ich habe den falschen Teleporter ausgewählt. Ja, äh, hier den Alien-Verstärker habe ich schon im Einsatz. Dahin wollte ich. Ja, für den Alien-Verstärker muss ich jetzt eben wieder zurück. El Momento. So, aber dann können wir gleich auch die Fabrik bauen. So, wie? Oh, wie? Oh, wie? Ahem. So, danke für das, ach ja, Alter, Level 9, nur du denkst, du hast schon groß gebaut, ja. Mit dem Summerslope kann man den Alien-Verstärker bauen, der ist richtig nice, nicht nur ein, sondern sogar mehrere und die haben immer dieselbe Funktionalität, außer mit dem ich glaube extra 500 Watt, so, äh, kostet sowas so, die leider sehr begrenzt sind, ja, aber die sind trotzdem nice, ja, aber die geben halt auch nur 10% auf die, ähm, verbesserten Sachen, äh, 10% auf, äh, deine Herstellung, so, äh, genau, aber nur auf die Grundherstellung, heißt, äh, auch wenn du dein, äh, auf deine Produktion gib, dann nur 10%, nicht auf alles insgesamt. So, und hier oben ist unser Energieverstärker und der sorgt halt dafür, dass wir 10% mehr Leistung bekommen, und das heißt, der nimmt sich hier die Produktionsrate und packt nochmal 10% oben drauf und gibt uns nochmal 500, äh, Megawatt statischen Strom, was halt mega geil ist. So, und jetzt bauen wir eben den Alien-Ding ins Kirchen und Zuschauer, erklär mal eben, was du meinst, noch selber boosten, man muss dann Mem freischalten, gib dann 20%, ja, aber dafür musst du extra Sachen noch opfern, sag ich jetzt mal. so, äh, so, äh, so, dann machen wir hier einfach mal Organisation, Lagercontainer, Lagercontainer, so, und, äh, Logis, ne, Production Constructor, eins, drei und vier. Logistik, Förderbahn, Fusionator. So, Spezial, Awesome Shredder. So, Spezial, Awesome Shredder. So, Spezial, Markus Barsula, so hier kommt überschuss rechts kommt irgendwelches alien material wie heißt das denn kram überreste spucker überreste und was gibt es noch antifel hallo kann ich nicht ohne zu spoilern okay ja dann weiß ich bescheid sehr kompliziertes spiel ja vielleicht so ein bisschen spucker keile stecher habe ich hier noch was okay spucker überschuss keiler und stecher und nichts oh Das war's. Das war's. So, also Spocker, Keiler, Stecher und was war das andere? Krabben. Ah, überschuss. Und hier nichts, aber hier links Überschuss. Ja, dann Spocker. Hi-Lo. Stecher. Stecher. Krabben. 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 Nice, das war eine mega Idee. Und dann kriegen wir doppelt und dreifach. Die Sachen. Die Sachen. Oh mein Gott. Äh. Tipp. Nur Überras rein. Gib vier Aliens. Aus den Proteinen erst noch Alien-DNA machen. Und Sonoma Slopes nicht vergessen. Und Sonoma Slopes nicht vergessen. Ja, das war die Idee. Wer auch immer das gesagt hatte. Mega Tipp. Deswegen machen wir das jetzt hier einmal eben alles durchgängig. Und dann können wir die hier einfach reinschmeißen und kriegen ein paar mehr DNA-Punkte raus. Kannst du auch mit Elektroschnecken auch machen, da bekommst du auch immer zwei raus. Und das war gerade etwas, an was ich auch noch denken musste. Ähm. Ist das schon eine Hausnummer? Oh ja, das glaube ich. Ähm. Zehn Stück pro Schnecke dann. Auf jeden. So. 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 So, ich will nur Text. Alien Überreste bitte hier. Schnecken bitte hier und hier kommt dann einfach Energiezellen raus. So, jetzt geht's. Das war's für heute. Das war's für heute. So, Produktion, Konstrukteure. Das war's für heute. Energie-Fragment. 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 Und hier auch nochmal ein Energie-Fragment. Das war eine verdammt geile Idee mit den Sachen auf jeden Fall. Okay. 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 Hmmm. Okay. Nee... so intelligenter splitter so warte ich mache eben den erklärer also so und zwar wir haben ja die summer slopes das sind die hier die kann man hier reinpacken da kriegt man zweifachen ausgangsmultiplikator da gibt es auch maschinen die brauchen mehr und die energiefragmente die wir hier herstellen die können wir hier unten in die maschine reinhauen um eine höhere produktionsrate zu erhalten das heißt die verbrauchen dann mehr strom und mehr materialien aber du kannst die auf 250 prozent übertakten das heißt die maschinen nehmen nicht so viel platz weg wenn du davon ganz viele gebaut hast und was wir jetzt hier einfach machen ist wir verdoppeln unseren output von energiefragmente weil man die wahrscheinlich später noch sehr gut gebraucht kann so 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 als erstes überschuss links die blaue dann kommt links die gelbe und überschuss und hier kommt dann schnecke die lilane und geradeaus überschuss das war richtig ne violett gelb blau und dann wird es zurück geschickt und der output geht dann hier hin und hier kommt dann einfach nur fusionatoren drauf so dann können wir das mal testen so oh Nice okay das hat geklappt haben wir hier noch eine 314 die verbraucht nur mehr strom der eingang bleibt gleich egal ob mit oder ohne slope geben den doppelten output ja ich habe aber wenn du hier unten noch die energie fragmente reinsetzt kannst du dir auf 250 prozent übertakten da brauchst du auch 250 prozent den output das war das was ich meinte nice damit haben wir eine fabrik wo wir sachen reinschmeißen können womit wir da ein bisschen betten better vorankommen du ne jetzt könnte man halt sagen okay man geht noch mal ordentlich auf suche und schmeißt sachen rein und kann sich hier konstant die ganze sachen rausholen da guck dir mal die coupons an 79 stück manny hat wieder welche reingeschmissen wahrscheinlich das müssen wir dann schon mal den später nochmal irgendwie mani zeigen so aber das war es noch mal sehr interessant die ganzen monster zu sammeln weil wir da jetzt den doppelten output bekommen gerade jetzt kriegen wir erst den strom kackteil ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, verdammt! So, verdammt! So, dann setzen wir gleich noch die Signale und dann sollte das hier eigentlich alles wieder funktionieren. Und vor allem jetzt die Züge wieder. Okay, vielleicht noch nicht ganz, aber dann flanschen wir hier und das hier noch eben dran. Okay. 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 So. 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 Yes. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und damit sollte der komplette Schienenverkehr hier jetzt fast fertig sein. Hä? Wieso funktionierst du nicht? Keine Route? Oh, guck mal, wie viele Züge da gerade waren. Kupfer ist ready. Oh, guck mal, wie viele Züge da gerade waren. Das finde ich so geil, dass du hier durchgucken kannst und siehst, wo die abbiegen. So, und jetzt biegt er hier links ab. Nice. Okay. Okay. So, jetzt bilden wir hier rein. Okay Nice Ja, das kommt Das ist der Animationsbereich Da öffnet sich normalerweise Dann die Tür Wie du siehst Das bin jetzt nicht ich, der die Türen aufmacht Sondern das ist der Zug selbst Siehste, die öffnen sich Und das fand ich halt geil Und dann schließt er sich jetzt auch gleich wieder Aber das ist halt der Animationsbereich Wenn ich zu weit aus der Animation raus bin Dann passiert da nichts mehr So Zehn Und dann nochmal 5 Ist das hier wirklich die Mitte? Das wäre so geil Das wäre genau Über den Toren wird es nach oben geführt Ja Es hat geklappt Genauso wie ich das gedacht hatte Ach Okay Das hier ist der Das ist die Mitte Und dann Wie machen wir das am besten? Ich habe ja das hier Ich habe ja noch die Mitte Und dann Okay Und dann Und dann Bis zum nächsten Mal. Das hier soll offen bleiben, damit hier von der Seite Luft reinkommt. Und so setzen wir dann hinten. Und so setzen wir das hier. Vielen Dank. wenn man jetzt so und dann so das kacke aus ja so was ist die meinung von euch kann man das als träger für die decke ja so und dann ist dann hier geht es dann in die mitte das heißt oh god das wird so nervig so also das element hier nutzen das element das nutzen wir als wand element das heißt hier in diesem bereich wird die wand dargestellt für die höhere fabrik und das hier wird das der verkabelungs bereich sein das kann man mal machen so aber wie viele inputs habe ich denn äh zwei also wende wir machen das hier so äh kupf kupfer katerium schwefel und äh 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 quads da Da, 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 da. So. Das sieht jetzt hier zwar so komisch aus, aber das geht darum, dass ich die doppelten Inputs habe. Ja, so. Okay. Oh, gods. Das heißt, das hier geht nach ganz außen. So. Das heißt, das hier wird auch unsere nächste Kupferspur. Okay, das hier muss unsere Eisen. Ja. Und das ist Eisen. So. Verdammt. Oh. Oh, oh, oh. Okay. 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 Das war's für heute. Verdammt. So, was haben wir jetzt da? Verdammt. So, und wenn ich jetzt so mache, will er mich verarschen? Ach, das geht ja nicht hier lang. Wie kann man das denn gut machen? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das funktioniert. Ah... Okay, das funktioniert. Okay, das funktioniert. Okay, machen wir das doch anders. Okay. 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 Okay, so können wir das dann machen. Okay. 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 Dann löschen wir die ganzen. Den Rest können wir dann nämlich so einfach einfädeln. Aber von hier aus wollte ich hier einfach so machen. So. 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 Ich glaube ich muss mal die Fahrpläne Ich glaube ich muss mal die Fahrpläne Ich bin auch mal wieder da Ich musste kurz meine Freundin zum Bahnhof fahren Apropos Bahnhof Ich muss hier doch noch mal die ganzen Ladevorgang Oder B und L Oder Und oder Okay 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 So Wir müssen noch mal eben die Bahn hier überarbeiten Oder 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 Und das hier ist jetzt Eisen Oder 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 Ich mag Züge Da kann man nur eins sagen Schuh Schuh Motherfucker Oh Spä schon Spä schon Spä schon So 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 Kopfer Haben wir damit dann auch fertig Äh nur noch den hier eben Und dann Sollten die Eigentlich Konstant fahren Und dann Und dann Und dann Und dann Ja, ich habe keinen Bock auf die Arbeit morgen. Ich muss gnadenlos sagen, ich habe keine Lust. Ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, dass ich morgen wieder in der Arbeit gehe. Ich kenne das auch mit dem Morgengraben, warum ich hier den Tunnel neu setzen musste. Damit ich hier genau mittig die Plattform runterbauen konnte. Das muss dann einfach sein. Ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock, aber ich habe keinen Bock. Und ich habe einen mächtig, aber ich habe keinen Bock. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, so. Oh Gott. Ich war morgen wieder auf Arbeit. Erinnere mich nicht daran. Ja, Antiphilis ist... Ja... Ich habe noch ein bisschen Zeit. Hab Nachtschicht. Uff. Wann geht es denn los mit der Nachtschicht? Antiphilis... Was macht ihr beruflich? Anwendungsentwicklung. Uh, Antiphilis... Mein Beileid. Oder hast du Spaß dran? Klingt doch interessant. Ist es auch? Ich liebe den Job. Oh, ja, sauber. Trotzdem kennen wir uns. Satisfactory gleich Rest. Ja, verständlich. 22 Uhr musst du los. Okay, da gehe ich ins Bett dann. Und Phil ist... Äh, nee, Matthias ist Mechatroniker Maschinenbau. Ich bin... IT-Supporter. Ich weiß nicht, welches Level, weil ich betreue irgendwie alle Level. Aber genau. First, second und zum Teil third level support. So, so... So, so... So, so... So, so... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist das zu breit? Das ist zu breit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, drei. Okay. 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 Das war's. Und das werden auch die Betonwand. Was zur Hölle? Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dann kommt noch einer. Trojana, was geht bei dir? Dankeschön, das freut mich sehr. Wäre hinten und vorne nicht nötig gewesen. Definitiv. Und fünf Stück auf einmal, das ist... Uff, dankeschön. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ich würde so oder so zocken. Aber herzlichen Dank dafür. Danke, danke, danke. Aber wie gesagt... Das wäre nicht nötig gewesen. Ähm, ja. Dankeschön. Das geht immer so auf die Pumpe, du. Und das ist so unangenehm. Da fühle ich mich... Ah, okay. Da! Wieso mit Tier 3? Dankeschön, Cliff Wrax. Aha! Dankeschön. Ähm, ja. Wie gesagt, ähm, ähm... Ist ein wenig unangenehm. Aber herzlichen Dank. Und irgendwas tiltet da gerade bei mir im Twitch-Chat. Ach so, der Hype-Train. Okay, naja. Ähm... Dankeschön. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Danke, Matthias. Und, äh... Äh, Burrito, willkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Ähm... Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Ähm... Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Warum denn? Die einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen Dankeschön, Trojaner, aber warum denn? Die einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen Mit dem Geld kannst du doch was Besseres anfangen Die einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen Ja, krass, dankeschön Ich freue mich sehr und einen ganzen Haufen Leute bestimmt freuen sich auch gerade Einen fetten Dude im Internet zu sehen Danke, danke, danke Ah, es geht noch Eben gerade hat die Hand ein wenig gezittert Ey, völlig übertrieben, dankeschön Wäre hinten und vorne nicht nötig gewesen Einfach nur zuschauen und den Chat schreiben, reicht aus Ernsthaft, das Gott, oh Gott, oh Gott Da wird mir ganz warm ums Herd Und am Körper Und ich fühle mich gerade wie, als ob ich mich selbst frittiere Aber Danke, danke, danke doch mal, Trojaner Das ist, äh Wie gesagt, dankeschön und das wäre hinten und vorne nicht nötig gewesen Ich, ich Versuche hier eigentlich nur zu bauen Oh, ein kleines bisschen ist warm Vor allem, das ist ja nicht gerade wenig Geld, muss ich dir sagen Das, äh, und ich, ähm, nochmal ernsthaft, ich bin da wirklich hinten und vorne nicht drauf angewiesen, ne Ähm Nur um die, äh, Referenz zu, äh, zu tippen, wie, wie ich auf Geld angewiesen bin Mir war die Grafik zu schlecht beim Streamen Deswegen habe ich mir einen zweiten Rechner nur fürs Streaming gekauft Der die Übertragung nach Twitch macht Also, auf Geld bin ich nicht angewiesen Das ist verdammt viel Geld Ich, ich freue mich mega darüber Es ist mir mega unangenehm Ähm, aber Dankeschön, das, das freut mich sehr Und ja, nach wie vor Willkommen im, äh, Stream Ich hoffe zumindest, du hast auch irgendwie Spaß hier Und ja, wir versuchen zu bauen Äh, äh, äh Äh, 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 äh Äh, äh, nee, nee Das brauche ich schon selbst für meinen Unsinn So, eins, zwei, drei Oh, der sieht kacke aus Oh Äh 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 Betonung liegt auf versuchen Äh, hä, hä Ja, genau Dieser Ton ist auch seltsam Bim, bim Ja, siehst du hier, äh Da treibst du mich hier weit hin mit, äh Geld Obwohl mein Puls ist überraschenderweise Sehr ruhig Er befindet sich nur auf 75 Ich hätte mit Schlimmerem gerechnet Uh, ein Hype Train Level 5 Das ist aber sehr ruhig Klingt als müsste mehr her Nee, bitte nicht Nee, bitte nicht Keine 50 Subs giften Das wäre Also gerne einfach nur zugucken Das reicht aus Und zwischendurch mal in den Chat schreiben Wenn ihr Fragen habt Das reicht völlig aus Ja So, ähm Boah Ich weiß gerade nicht, was ich machen wollte Äh, ja Auf jeden Fall Und vor allem dieses Äh Komische Gefühl in der Magengegend Das ist irgendwie seltsam Kann ich sagen Äh Huch war am Telefon direkt was verbasst. Danke dir. Kein Thema. Ja. Ja. Es war ein wenig stressig. Dass man von Geld gestresst werden kann, ne? Habe ich überhaupt den Streamtitel richtig? Oh. Ja, habe ich. Puh. So. Ähm. So. Eigentlich. Wie wollte ich das jetzt machen? Fundamente. Wie soll ich das machen? Architektur. Das war die Idee, dass der hier da dran klemmt und dann hier dann die Fabriken anfängt. Dass hier nochmal, nee, dass hier eigentlich direkt die Fabrik anfängt. Oder machen wir das noch, äh, Fundamente, so, das heißt, äh, Moment. Guck mal, dass dann, hier unten haben wir dann noch eine Verkabelungsebene und hier können dann die Raffinerien anfangen. Oh, ich glaube, das könnte richtig geil aussehen. Damit wir hier den Stil beibehalten. Das sieht jetzt zwar noch ein bisschen komisch aus, aber damit, jetzt gibt es eine Halfpipe auf jeden. Ähm, ne, ich wollte den Stil vom Eingangsbereich dazu, äh, wieso kommt denn da ein Zug, so diesen Stil hier beibehalten. Das dann auch hier oben. Ah, ich glaube, das... Organisator... So... Wieso? Wieso? so 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 der war zu groß so und dann noch eine Mittelstrebe drüber so so Das war's. Das war's. Das war's. So, wie viel... Wie viel Wasser brauchen wir denn für Kupferbarren? Wir bräuchten zwei Wasserlinien. Oh Gott, wir müssen auch noch das ganze Wasser holen. Oh. Kacke. So, und hier fangen dann ja die... Und hier geht's durch und dann macht man... Organisation. Okay, das könnte man machen. Und dann macht man hier... Und hier geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! 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 So, Logistik. 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 So. Ich glaube das sorgt. Ich glaube nur mit der Plattform kriegen wir schon so ein mega den Bild hin. So und hier unten machen wir dann hier noch die komplette Verkabelung. So. 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 So.